Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im dritten Stock von unserem Landeszeughaus in Graz, der weltweit größten historischen Waffenkammer, die neben dem Altbestand auch einige Sammlerstücke beherbergt, die im Zuge unserer Pause, in der das Zeughaus keine Funktion gehabt hat, von 1748 bis 1882 hier ganz einfach angelagert wurden. Und hier stehen neben Prunkstücken auch Turnierrüstungen und auch das Turnier gibt sehr, sehr viel an heute noch gebräuchlichen Redeländungen vor. Damit Sie bei diesem Turnier nicht vom Pferd fallen, müssen Sie fest im Sattel sitzen. Wenn Sie eine improvisierte Ansprache halten, dann sprechen Sie aus dem Steigreif, dem Steigreif des Sattels. Ein Turnierplatz, wo Sie sich mit jemandem messen, ist staubig. Wenn Sie rausgehen, machen Sie sich aus dem Staub. Sie wissen, beim Turnier kämpft man mit Lanzen. Wenn ich mich für jemanden einsetze, kann ich für jemanden eine Lanze brechen. Wenn jetzt eine Holzlanze bricht, entstehen Splitter. Diese Splitter fliegen herum und können dir ins Auge gehen. Daher ist es gut, wenn man als Teilnehmer am Turnier seinen Helm festgeschlossen hält, dann hält man sich bedeckt. Öffnet man den Helm, riskiert man ein Auge. Wir haben übrigens das Öffnen des Helms beim Begrüßen, heute noch in einer Handbewegung, nämlich dem Salutieren. Das heißt, wir öffnen symbolisch einen Helm, den wir nicht mehr tragen. Es gibt eine Turnierform, die heißt das Rennen. Wenn jemand nicht mehr kann, kann ich ihn aus dem Rennen nehmen. Aus dem Boxen können Sie vielleicht das Handtuch werfen, eine ähnliche Handlung. Es gibt eine Turnierform, die heißt Stechen. Da kann ich jemanden ausstechen oder im Stich lassen. Es gibt rund um den Turnierplatz, Säune, Schranken und dann gibt es den Kreiswart, den Chris Verbo, der schickt dich hinein zum Turnier und erweist dich in die Schranken.